ja nach diesem absturz melde ich mich hier in der nächsten folge sorry noch mal für den plötzlichen für das plötzliche ende der letzten folge aber da ist mir das spiel leider abgeschmiert und was ich hier schon wieder sehe es ist äh grauenhaft so das sieht doch schon mal viel besser aus das waren alles unsere vorfahren die haben hier alles kaputt gemacht oh ich bin hab nicht pause gemacht das war sehr schlau und ich hab da jetzt strom hingesetzt wollte ich natürlich auch nicht der fährt der fährt auch sehr schön da ist gut da ist nicht so gut so oje was machst du naja ok wunderbar so sehr schön haben wir den hier auch entschärft der hier ist noch nicht entschärft also ich weiß nicht was sich hier urban games gedacht hat keine ahnung aber das ist halt echt furchtbar der fährt auch nicht möglich jetzt schütten wir das da erstmal wieder auf weil das sieht ja furchtbar aus und dann bauen wir gleich erstmal die schiene hin und dann die straße also jetzt da hoch so dann hier rüber naja dieser blöde shiftbau und dann da runter sehr schön müssen wir natürlich die straße hier auch neu machen will nicht auch jetzt sehr schön jetzt sieht es aber wieder so furchtbar aus so das kann man lassen ich mach immer play wunderbar ach ja hier war ja achterbahn so wir haben wieder geld sehr schön was können wir denn noch anschließen wir könnten hier erdfunk was erdfunkstelle aha Wie gesagt, wir könnten eine Linie hier nach hinten machen. So schön am Fluss entlang. Dazu müssten wir aber erstens den Bahnhof ausbauen, zweitens uns einen Weg hier durch überlegen. Hm. Du kommst hier mit vier Maschinen. Ach, wegen dem alten Spielstand geht das noch gar nicht. Aha. Okay. Ist sehr interessant. Das geht. Wenn ich einen neuen platzieren möchte. Okay, der hat es dann. Okay. Passt auf, dann würde ich einfach mal kurz sagen, dass wir hier kurzerhand einen neuen Güterbahnhof uns hinbauen. Oberleitung nein. Machen wir gleich zweigleisig. Und dann muss das hier weg. So. Einmal so und einmal so ein bisschen. sehr schön. Sehr schön. Den würde ich auch gerne aufrüsten. hin, und zwar einmal auf vier Gleise. Zweiter Straßenanschluss. Jetzt müssen wir mal schauen. Der ist fatsch. Dann wird der hier gedreht haben. So, und dann wird aber auch noch Kühdorf-Zentrum. Ist das Kühdorf-Zentrum? Ne, das ist Kühdorf-Anbau. Das ist Kühdorf-Zentrum. Das ist Maschinen-Kühdorf. Einmal, einmal da und einmal da. Ah, okay. Du bist noch unterwegs. Okay. Äh, Moment. Ja, den haben wir gedreht. Mal schauen. Der ist okay. Wo, wo ist denn der zweite Zug? Ach Gott, der ist noch gar nicht angekommen. Oje, oje, oje. Okay. Ja, wir müssen das noch verbinden. Aber dann haben wir hier auch natürlich ein größeres Einzugsgebiet. So, dann möchte ich mir aber gerne noch mal die Buslinie anschauen. Okay. So, und jetzt müssen wir uns was überlegen. Ich lasse jetzt erstmal wieder laufen. Den müssen wir auch kurz rausbremsen. Dann fahrt ihr beide wieder etwa gleich. Oje, was wartet denn hier? So viel Lebensmittel-Alum. Oje, das ist glaube ich noch die ganz schwache, wa? Das ist aber okay. Da müssen wir auch dringend mal für Ersatz sorgen. Das ist die hier. Ne, das ist die hier. Ne, die da. Die ganz schwache. Okay. Jetzt müssen wir mindestens mal die hier dranhängen. Oder sogar die. Wie viel kostet die denn mehr? Ne, wir nehmen die. Und dann transportieren wir Lebensmittel. Das wäre mit dem. Mit dem geht es ja nicht, wa? Nein. Okay. Lebensmittel. Eins, zwei, drei. Drei, vier, fünf, sechs. Wir setzen ja. So, du bist da. Du wartest auf freie Wege. Und du nimmst jetzt Werkzeuge mit? Warum nimmst du denn Werkzeuge mit? Höh? Wat? Wie? Wat? Was machst du jetzt mit den Werkzeugen? Abladen. Was? Warum wurdest du nicht ersetzt? Oh, du bist ja 17 Jahre alt. Reicht das nicht, oder? Hat das nicht gereicht? 17 Jahre? Für 25%? Doch, Misty. Hä? Okay, komisch. Komische Sache. So, Moment. Wir schließen hier jetzt mal noch ein Depot an. So, darauf platzieren wir diese. Nicht genug Geld. Und jetzt haben wir den hier bekommen. Oh, okay, machen wir 1, 2, 3. Ne, bringt es nicht. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt haben wir 5. 6, 7. Ja. Lebensmittel, zack. So, wo kommst du? Du bist jetzt schon da. Wee, 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 wee. Okay. 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 So, du wartet es mir aber noch. So. Und fahrst du los. Und fahr mal hier mal mit. Boah, die hat ja echt zu kämpfen. Wir müssen hier mal zahlen. Wir müssen hier mal zahlen. Unsere, unsere ersten Loks, ja. Unsere ersten Dampfloks. Deshalb ist die natürlich noch ziemlich schwach. Jetzt geht es bergab. Da gibt es natürlich Gas. Aber wir wollen ja nicht nur bergrunter Höchstgeschwindigkeiten haben, sondern natürlich auch bergauf. Das ist Pflicht. So, das ist gut so. Und dann hier merken wir mal, wie schwach die Lok eigentlich ist. Also bis die wieder angefahren ist. So, dann schicken wir dich mal ins Depot. Nein, du sollst keine Werkzeuge mitnehmen. Verdammt. Warum kommen die eigentlich auf die Idee, Werkzeuge mitzunehmen? Ja. Der eine sieht noch. Hier müssen wir auch mal so langsam Fahrzeugersatz machen. So. Hier haben wir 5 von denen. Dann machen wir mal 5 von denen. 30 Jahre erreicht. 23. Ja, dann muss ich leider so machen. Oder doch nochmal nein. So, jetzt, ja. Dann fahren wir einmal hier mit dem mit. Dann haben wir ein bisschen Überlänge. Ja, aber das möchte ich dann halt dann doch noch machen. Fangen wir mal ein bisschen zack zack. So. So. Ja, ich wollte eigentlich so. Bis auf ja. Und wir haben kein Geld. Was kostet da einer? Ja. 9 Millionen. So. So. Du wirst jetzt ersetzt. Und wirst dann erstmal angehalten gleich. So. Sehr schön. Ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr die nächste Folge wieder dabei seid. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.